Stellt euch vor, ihr seid ein kleines Kind. Und dann kommt ein Eismann. Mit dieser schönen Musik. Ihr wisst, welche Musik ich meine. Es entpuppt sich aber, dass dieser Eismann Menschen tötet. Würdet ihr trotzdem Eis kaufen bei ihm? So ungefähr läuft dieses Spiel ab. Wirklich ein sehr geiles Horrorspiel. Zieht es euch rein. Jogt Gesell und natürlich folgt mir auf Twitch everalive. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem jetzt plötzlich ASMR geworden. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir starten. Massacre at the Mirage. Demo. Wieso habe ich Demo so gesagt? Demo. Danke fürs Laden. Danke. Oh, Halloween. Wir haben da... Hä? Halloween 1988. Just outside the Mirage. Was ist Mirage, Digga? Was ist das? Okay. Wo bin ich? Alles klar, Digga? Starke... Starke Animation, würde ich schon mal an der Stelle sagen. Ich glaube Mirage ist ein Kino Alter, wie viel Junge Wie viele Zigaretten hat sie geraucht, Alter Der ganze Parkplatz raucht Talk to Ben in the box office Okay, wir müssen mit Ben reden Oh, es schaut schon sehr, sehr Verlassen aus, die Gegend Wir sind Irgendwo in Buxtehude, Digga Irgendwo am Arsch der Welt So, da ist Ben, mein lieber Freund Ben, was geht ab? Was ist ein Scheißjob? Was ist das für eine Wundervolle Stimme Ben, puste in meinen Arsch Bitte Also ich habe auch eigentlich So eine Stimme, aber Ich verstelle sie meistens extra für den Stream Ich bin Wir nennen ihn Daddy ab jetzt Ben ist unser Daddy ab jetzt Okay, wir gehen rein, Leute Lass mich rein Ich bin zu fett Scheiße Ähm, Ben Ich glaube, ich bin zu fett So, okay, wir müssen beide Türen aufmachen Um durchzupassen Stark So, wow, das schaut echt Sehr, sehr schön aus Wirklich Das ist einladend Das schaut aus wie ein Kino der ersten Klasse In den 80er Jahren Drinks Popcorn Snacks Ben Alles, was ich brauche Gibt euch die Filme Whispers of Caroline Das waren noch gute Filme, Leute Das waren noch gute Filme Ich kenne den Film nicht Okay, talk to Phil Ich muss Mit Ansage Bill hat jetzt eine Scheißstimme Bill hört sich jetzt an wie so ein kleines Mädchen Alter Ey, die Grafik ist sehr schön, muss man sagen Hey, Phil Ben told me, you need to see me Jetzt bin ich gespannt, was für eine Stimme kommt Guten Abend, Nico Yes I know I have you ready to snack bar today But I need your help with the film projector as well Ich hab alles erwartet, aber nicht das I need you to grab the footage from Eric down in the basement And then load and test the film on the projector Der ist komplett dicht, oder? Everything should be done Yeah, yeah, yeah I just want to dump I just want to dump Sounds simple enough Du Bastard, Alter One more thing Junge, wie lebt der? Okay, der wird sterben Der ist der Erste, der stirbt Stellt euch vor, ein Monster kommt Er sieht drei Personen Er sieht Ben, mich und Phil Er sagt so Wer will heute sterben? Ich sage Oh nein, ich will nicht sterben Ben sagt Nein Ich will nicht sterben Und dann sagt Phil Phil Ey, ich will nicht sterben Digga, der ist der Erste, der verreckt Ich sag's euch, wie es ist Und ich hör noch auf ihn Er ist mein Boss Grab all trash from around Theater Okay, okay, okay Ey, yo, da ist eine Katze Oh Gott, wie süß Ich will die Katze töten Hallo So, Job erleben Digger, du hast mein Leben auseinandergenommen, Alter Bitte, junge Frau Hilfe, den alten Junker für den Hallowen Da zeigt sich sein wahres Gesicht, Leute Deswegen gebe ich ihm kein Geld Verpiss dich Geh weg Die Tür ist zu Die geht nicht mehr auf So Grab the film reel on Eric's desk Schön Also, Eric, ne Mach die Tür da hinten zu, bitte Und, ähm Wisch deine Kotze auf Also, das kann wirklich jeder sehen, okay Die ist sogar grün Okay, wir müssen, ähm Den Film Installieren Ich weiß auch schon, wo Junge, was sind das für Okay Okay Es hat geklappt alles Test-Footage Nosferafu Ah, ein Clown Ja, ja, ja Okay, okay Skelett auf ne Uhr Okay Tür geht auf Wichtig Nein Der, der von Spongebob Nosferatu Nosterafu Den gab's wirklich so als schauspielermäßig Oder was Perfekt Oh, nochmal ein Clown Oh, da, da ist einer am Bett Und, oh Gott Hä, krass Hä, krass Ich wusste gar nicht, dass er wirklich so ein Schauspieler war Crazy Ja, das war schon creepy Das war Das war wahrscheinlich so ein Horrorfilm oder so Head down to Snackbow Okay, Leute, wir müssen jetzt Arbeiten Die, ähm Ja Die Aufnahme hat funktioniert Läuft alles Wir können den Film auf jeden Fall laufen lassen Wir können die Gäste langsam reinlassen Ah, okay Ich muss sie jetzt Ich muss sie jetzt bedienen Okay, das ist krass Wo ist der erste Kunde? Komm her Pizza Radio Eis Alle Oh Gott, wie schwierig Und da kommt doch schon der erste Kunde I shouldn't leave the Snackbar Current order Okay, ich hab noch Hallo Can I get a ticket please? Was ist denn das, Digga? Ach so Ey, wie krass Hier, bitteschön Enjoy the show So, ich muss jetzt kurz wechseln Jetzt kommt die Dame rein Ey, mit dem Outfit darfst du dir eigentlich keinen Film jetzt aussuchen, ne? Hello Okay, sie will Snacks Chocolate Ice Cream Wir machen ihr jetzt ein Chocolate Ice Cream Das ist kacke, aber keine Schokolade Dann Brezel Was ist ein Brezel? Meint sie vielleicht Brezel? Wieso nennt man das Brezel? So, Cola, Soda Junge, halt's Maul Weiter geht's So, Cola, Soda Cola, Soda Bitteschön Tschüss Sie sitzt Sie ist jetzt alleine im Kino Okay Ist das kein Kunde da? Hallo? Oh Gott Was ist das? Hä? Can I get a ticket please? Ja, komm Warum sind die alle so verkleidet? Bitteschön Enjoy the show, bitch Okay, es kommt keiner Was ist das für ne Musik? Was ist das für ne Musik? Was ist das für ne Musik? Der Eismarkt Wir bis neben Der war bestimmt voll nett Okay, da kommt safe auch noch mal ins Kino Ach du Scheiße Wir sind am Arsch Ich werde heute Nacht sterben Ah, da kommt auch schon der nächste Ah Schon wieder so ein Frosch Was ist das bitte für ein Outfit, Mann? Was geht ab? Hello Can I get a ticket please? Ja, natürlich Komm Gib mir dein Gib mir dein Geld Geld auf den Tisch Dankeschön Viel Spaß mit dem Film Hi Na? Was willst du? Real Nuts Bar? Bitteschön Viel Spaß mit dem Film Der Film läuft schon seit 30 Minuten Hey, du hast viel verpasst Spider-Man stirbt Wir gehen wieder vor Da hinten ist kein Mensch War das geplant Dieser Jumpscare Oder war ich einfach nur zu dumm Und hab ihn nicht gesehen So, was ist denn? Hier Oh Gott Hier, dein Ticket Gib mir dein Geld her Dankeschön Ich hab dich im Auge, Mann So Hi Ah Nein, Spaß Hello I had liked to some snacks, please Okay, also Orange Soda Machen wir Bitteschön Genieß den Film Ciao Geiler Arsch Wir gehen wieder vor Wir gehen wieder vor Wir wechseln So, wir chillen jetzt hier Spaß Wir gehen zurück Da versteckt sich jemand Hinter dem Schild Alter Was will der Oh Gott Ey, da links Äh Da links ist jemand Der ist genauso hässlich wie du Aber ich glaub Der ist wirklich so hässlich Also der Der will nicht nur hässlich sein So wie du Der hat sich nicht verkleidet Der ist wirklich so Also pass lieber auf Okay Ja, natürlich bekommst du ein Ticket Steh mal gerade Komm Gerade stehen Scheiß Hexe Hoffentlich stirbst du So, wir gehen wieder zurück Oder Okay, da bewegt sich kein Stück Da weg Der ist immer noch dahinter diesem Schild Hi Was geht ab Du kannst mit der Hand Verwinken Du musst nicht unbedingt Dein Besen hochheben So Okay, was willst du Popcorn, Chocolate, Covered Peanuts Okay Bitteschön Viel Spaß mit dem Film Gibi Blocksberg Okay Es ist alles ruhig Es ist alles ruhig Wir können uns beruhigen Och, das ist ein Kind Ich darf ihn eigentlich nicht reinlassen, ne Ja Bist du überhaupt schon 18, mein Lieber? Ja, okay Er scheißt drauf Okay Hier ist keiner jetzt Ich kann in Ruhe wieder zurück Alles klar So, mein Lieber Was willst du? Rainbow Candy Eine Brezel Und Orange Soda Okay, jetzt hab ich Angst Jetzt muss ich wieder zurück, ne So Eieieieieiei What, I swear I just changed the bulb On this lamp A few days ago Better check the light switch Scheiße Chat, ich sterbe gleich Ich sterbe gleich, ne 100% 100% Achso Was ist das für eine Box? Erstmal drauf drücken Das ist diese Musik von dem Ding Von dem Eis Von dem Eis Wau Mann Das war Ich hab mich gar nicht erschocken Das war so gut von dir, Mann Welchen Film willst du anschauen? Das ist ein cool Kostüm Du willst ein Ticket? Hey, du war Ey, wirklich geil, Alter Ja, willst du welchen Film? Well You don't say much Anyway It's 7 dollars Für ein Ticket Gib ich dir Du brauchst nicht mehr bezahlen Du bekommst heute kostenlos rein Töte meine Mitarbeiterin Aber lass mich bitte in Ruhe Das ist nicht 7 Dollar Sehr lustig, mein Lieber Du brauchst Geld Gib mir dein Geld, Alter Und nicht irgendwelche Luftballons Was macht er jetzt? Ah, eine Leber Ja, damit kann man auch bezahlen Tschüss Ey, vergiss deine Leber nicht Okay Also auf jeden Fall ein sehr komischer So, okay Ich muss das auf jeden Fall selber machen Was ein Freak, Alter Was ein Freak Ganz komischer Typ Ich glaub, das Spiel ist zu Ende, oder? Das war die Demo Oh Ich spiele den Obdachlosen Ja, mein Digger Ich bin der Obdachlose Let's go Ich bin dein Penner Oh Gott, scheiße Ich kreuze jetzt safe Den Weg von dem Clown, Alter Von dem Eiswagenbesitzer Komm ja nicht über den Zaun Ach da Okay So Oh Gott, ich bin wieder im Kino Der hat die Tür nicht zugemacht Ah, scheiße doch Er hat die Tür zugemacht Alles klar So, dann lauf ich mal vor Oh Gott, der Clown ist ja in die Richtung gelaufen Was ist denn das? Was ist das? Das ist das Auto von dem Clown, oder? Ja, das ist der Eiswagen Das ist der Eiswagen, ja Wollen wir einfach reingehen? Ich bin obdachlos Das heißt, ich kann eh essen Also, weißt du, ich hab Hunger Schau, der hat sogar hier Bier Da kann ich nicht Nein sagen, Chad Wir gehen rein Wo ist mein Eis? Jetzt machen wir mal die Tür zu So, ich bin jetzt dieser eine Mitarbeiter Ich hab seinen Namen vergessen Aber ja, wir sollten mal lieber die Tür zu machen Oh, shit Is that blood? It's leading to the park Oh, man Oh Gott, nein Was ist hier passiert? Wir folgen den Blutspuren Ach du Scheiße Ach du Scheiße Der ist in dem Brunnen So viel Blut Süßes oder saures What? Was hat er mit ihm gemacht? I need to get inside Oh Gott, wir müssen abhauen Oh Gott Oh Gott, wir hauen ab Ab ins Kino Schnell, aber Schnell, schnell, schnell Ah Oh Gott 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 Vielen Dank.